Wo der, äh, Heli steht? Warte, pass auf, ich fahr zurück zum Heli. Ich glaub, im Heli müssten noch Jerrycans sein. Im Heli müssten noch ein Ding sein. Ich weiß es nicht. Ich mein, ich hab die vorhin in den Bus gepackt, in den einen. Ich hoffe nicht, aber ich glaube. Boah, das ist so viel Heli, Mann, Alter. So viel Heli. Wer klaut mich denn so armselig im Kopf? Ja, ich mein, warum nicht, ne? Jeder will ein Fahrzeug haben, ne? Ja, ist halt so, aber ist schon scheiße gelaufen jetzt. Ah, ja. Der ist nicht halt, ne? Mhm. Ich hab' da jetzt gar nicht drauf geachtet. Also, du hattest bei ein, zwei, zwei, drei Wörter spiel ich da aus, oder? Ja, keine Ahnung, weiß nicht. So, ich lauf' eben. Okay, was machst du? Ich lauf' nur eben zum Bus, äh, zum Heli gucken. Wart' mal. Die Scheibe ist repariert. Echt? Die Scheiben sind repariert, ja. Ja, der ist komplett grün. Warte, 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 warte. Ja, der ist kein... Keine... Keine Jerrycan drin. Keine Jerrycan drin. Keine mehr. Wir brauchen eine Jerrycam. Ja, warte, warte. Ja. Ja. Hallo. Und da? Ja, Moment, ich hab nur kurz... ...gefragt, ob der irgendwo Jerricans gesehen hat. Ja, also ja, weiß nicht. Er fragt mal, ob er zu uns kommen will. Oder nee, man kann nicht wissen. Komm einfach. Wir fahren jetzt mit dem Restsprit nach Zelle und suchen. Und ich hoffe, wir finden eine. Ja. Das ist scheiße. Auf jeden Fall. Alter. Ich bin drin, kommst du? Hm. Denk dran, geh... Denk dran, geh in den Vehicle Channel. Let's go. Ja, ich bin dabei. Dauert ein bisschen hier. Total. Wie spannend, ne? Ja. Ich hoffe, wir kommen noch pünktlich... Wir kommen noch schnell genug nach Zelle. Dass wir eine finden. Wenn wir eine finden, haben wir einen Heli. Was? Ja. Wenn wir eine Jerrican finden, oder zwei haben wir einen Heli. Ja, das ist gut, ne? Ja. Ja. Und dann kann man... ...dass ich einen Heli, ne? Nur durch... ...deine Hilfe, aber... ...wir haben wenigstens noch den Bus, aber wir müssen halt eine Jerrican finden, ne? Ja. Jetzt ist das Problem. Warten wir mal, dass wir einen Televlog... ...Jerrican finden, ne? Ja. Ja. Sonst geht's böse und sowas. Ja. Das macht langsam Spaß, ne? Ja, es ist jetzt... Es ist spannend, dass wir... ...dass wir jetzt eine finden, ist halt wichtig, ne? So, wir sind jetzt gleich in Zelle, ne? Ich bleib hinter dem Helikopter jetzt gleich... Da steht der Bus. Da steht der andere Bus. Da ist der andere Bus. Okay. Geil. Okay, okay, okay. Äh, da. Ich bin bestimmt... Ja, klar höre ich die. Ja, klar höre ich die. Steine ich die den Alarm? Ja. Warum hat der den Reifen kaputt? Was haben die damit gemacht, ey? Scheiße, und die Jerricans sind weg. Haben die weggenommen, ey. Scheiße. Und auch kein Reifen und nix drin. Egal. Kommst du mit? Toni, kommst du mit? Ja, ich bin Bundeswehr. Ja. Ne, ne, stopp, 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 stopp. Stopp. Stopp, 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 stopp. Ja. So, komm mit. Wir laufen. Ist sicherer. Also es ist auch relativ schnell. Bevor ich jetzt hier rumeiere, da hinten ist ein Heli-Crash. Aber da war glaube ich der Cole schon. Ähm. Ah, okay. Warte. Jetzt gerade habe ich dich gesehen, Arne. Hier die Straße vor der Schranke links rein. Wahrscheinlich viel. Ja klar, das ist von einem Massengrab da. Da ist auch ein Hund gewesen, der gebellt hat. Ich habe euch gemerkt. Scheiße, man sieht echt gar nichts, ey. Ah, da. Ich sehe es. Ich sehe es. Ist schon okay. Ja klar, wenn ich weit zu genau erkenne ich dich. Ja, ich habe das gerade auch bemerkt. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt hier genau in der richtigen Ecke bin. So, wir sind jetzt da in der Factory. Schön. Okay, tüchtig. Da hinter mir sind ein paar kleine Freunde. Also meine Freunde sind ein paar mitgekommen. Ah, dann lauf. Ich wundere, wenn die dich bekätschen. Ich schon. Ich schon. Ich schon. Hier liegen Engine Parts. Da liegt eine Toolbox. So Leute, und jetzt ist hier Slender Feeling angesagt, ne. Merkt ihr ja. Auf gehts nach oben. Ich gehe in die erste Etage, ne. Auf gehts nach oben. Ja, ich bin eins drüber. Ich bin in der ersten Etage. Toiletik, noch eine Toolbox. Und dich nicht probieren, ne. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich in den Dunkel bespiele. Eigentlich nicht, aber ist scheißegal. So macht das Spaß. So macht das Spaß. Nicht dein Ernst Pack sie ein Sehr gut Ich habe eine Idee was ich mache Ja Ich habe mir eine genommen Engine Parts brauchen wir nicht Ja ich bin oben Ich komme jetzt runter Hier ist ein Reifen Ja ich habe keinen Platz mehr dafür jetzt Ich komme jetzt nach unten Lauf Ah hier liegen jetzt auch Engine Parts Weißt du noch den Weg zum Bus Kennst du noch den Weg zum Bus Ja komm Ja komm einfach Komm einfach ich habe doch Licht Komm Ja jetzt ist geil so mit Licht ne Komm So hier ist die Kirche Da ist das raus Lauf hinter dir ist ein Zombie Egal lauf Brauchst du nicht Naja Ich habe jetzt keins mehr gefunden Leider Aber wir haben jetzt eine Das heißt wir können noch toll nachtanken Das heißt wir fahren jetzt noch rüber nach Coelentor Hier ist der kaputte Bus Der auch leer ist Scheiße Welcher Idiot bitte Fährt ein Bus hier zu Schrott Meine Güte Das ist unglaublich Komm rein Der Bus ist am leuchten Guck wie der Bus am leuchten ist So Gott sei Dank ab Ja super Der steht so scheiße der Bus Aber das Gehikel Channel Ja genau Der Bus stand so scheiße Keine Sorge ist alles geklärt Nein Mann Ich fahre auf der Brücke Boah ich hasse diese Straße hier Hier muss man so Schlangenlinien fahren Ja eigentlich war immer die Billigstraße War das gerade nicht ein Auto Wo es funktioniert hat Nein Das ist nur so ein Fake Auto So hier ist die nächste Factory Komm Komm Hier ist ein Hunting knife Hier ist was zu essen und zu trinken Druckst du erstmal wieder unten Ich geh hoch Hier liegt nur Müll Bisher